Verlorene Wahrheit Video 063 in voller Länge, dieser ist ein wenig gekürzt, denn, oh mein Gott, das waren fast 20 Minuten wieder, ich glaube irgendwie 18 Minuten in etwa, der reine Kampf ohne Vorher und Nachher. Und da ich ja schon mal den vollen Kampf auf Video habe, dachte ich mir, ich probiere mal ein paar Taktiken aus, laufe auch viel herum und schnippel das dann alles ein bisschen zusammen. Hier am Anfang versuche ich folgendes und zwar, ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, wie ich auf das Reittier komme, während dem Kampf. Einfach mal hier den Wächter dann am Ende hinstellen, wenn das Portal so 20% seiner Lebenspunkte noch hat und in der Zwischenzeit kann ich auch auf das Reittier, um da ein bisschen schneller herumzureiten. Aber im Prinzip, ich laufe am Anfang hier sehr viel herum, probiere auch jetzt mit der Gedankenkontrolle und drei Teleports herum den Sargon zu trennen. Es gibt ja den Glutdämon und den Sargon. Der eine ist hier der Magier, der lustigerweise blocken kann, was der, ich würde mal sagen Tank, der Sargon ist eher so ein Krieger, was der auf jeden Fall nicht kann. Und da ein Blitz, irgendwie kritisch 7.000 mit roten Essenzen, mit Segen, mit allem drum und dran. Ich bin da echt voll aufs Ganze gegangen und der blockt mir hier die Krits weg, das ist nicht mehr feierlich. Also echt heftig, aber das sind so Kämpfe, die hat man nur, keine Ahnung, einmal alle paar Monate und die muss man auf jeden Fall auch festhalten. Naja gut, am Anfang gelang es mir halbwegs gut, den Sargon hier abzutrennen, doch dann kamen schon einige Eds hinzu. Die beschwört der Glutdämon immer, wenn er diesen blauen Meteor einsetzt. Dann kommen hier seine Schergen und naja, dann muss ich auch ein bisschen weiter in den Norden zur Zone und dann brüllt schon der Sargon im Hintergrund. Und es ist mir nicht so gut gelungen, diese Gegner zu trennen, sage ich jetzt mal. Noch dazu, im Vergleich zum vorherigen Mal, ja, Zürnitschild, ich bedanke mich bei dir. Im Vergleich zum vorherigen Mal war ich ja noch Level 40, jetzt Level 45. Das heißt, diese Zone wird ja vom Level her angepasst. Sprich, die Bosse haben nun auch auf 45 massig Lebenspunkte. Und was ich am Anfang hier noch nicht so begreife oder für wichtig empfinde, diese Schattenbringer, die hier gespawnt werden, heilen auch den Glutdämon immer wieder auf. Ja, ich versuche wieder mit dreimal Teleport den Sargon zu trennen, doch irgendwann, es wird mir einfach zu öde. Oh oh, das war wieder sehr knapp, nicht aufgepasst. Auf einmal explodiert er. Ja, es wird mir einfach zu öde und ich denke mir, egal jetzt, fährt die Eisenbahn drüber. Ich mache einfach mal was anderes, probiere eine neue Taktik aus und zwar die im Kreislaufen-Taktik, aber mit beiden. Und die funktioniert aber erst, naja, beziehungsweise was heißt erst? Die funktioniert nur, wenn man erst beim ersten Sargon ist. Das heißt, der Sargon stirbt und dann kommt sein Zweiter, seine zweite Form. Doch in der zweiten Form kann er sich ran teleportieren und dann kann man nicht hier so ganz gemütlich easy-cheesy im Kreis herumlaufen. Nö, denn dann springt der Sargon praktisch in Windeseile immer wieder zu mir ran und verursacht Schaden. Also entweder zuerst den Glutdämon und dann den Sargon oder zuerst komplett den Sargon und dann den Glutdämon. Aber so, ja, erst der Sargon mal tot, dann Glutdämon oder so, äh, nö, das funktioniert eher nicht so. Sehr schön, ich habe abgeblockt und trotzdem einen Zwölftausender-Hit kassiert. Oh mein Gott, das gibt es nicht. Wirklich so viel herumgetan. Ich habe meine Ausrüstung angepasst, dass ich mehr Lebenspunkte habe, dass ich mehr Rüstung besitze. Ich habe sogar eine heftigst neue Kugel, die ich dann nachher noch vorstellen werde und trotzdem one-shottet mich der, obwohl ich geblockt habe. Das hasse ich ein wenig und das ist auch, ja, keine Ahnung, die Sache, die mich so ein bisschen an diesem ganzen Kampf stört. Auch wenn er richtig genial ist an sich. Vor allem auch diese ganze Idee hier. Diese diabolische Stimmung in der Hölle. Die Musik, wenn man da richtig laut aufgedreht hat und am Abend zockt. Da kommt schon ein episches Kampfgefühl auf, welches man nicht so häufig in MMORPGs erlebt. Aber eben, wie gesagt, dieses One-Shotten von den Gegnern. Da liegen zwar diese ganzen großen Heilsferien herum. In jeder Ecke von diesen Tortenstücken sozusagen. Doch was habe ich davon, wenn ich mit einem Schlag tot bin? Zwölftausend Schaden! Wer soll denn das überleben? Noch dazu abgeblockt. Ja, und das wirft einen dann so ein bisschen aus der Bahn. Da denkt man sich noch so viel aus, wie man denn diesen Kampf meistern könnte. Und dann kommt er hier. Fetzt mal eine Singularität raus. Das ist wohlgemerkt physischer Schaden. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, sogar einen Rüstungssegen am Laufen. Naja, wie auch immer. Damit muss man sich abfinden. So, nachdem der erste Gegner down ist, erhält der zweite, je nachdem, welcher der zweite dann ist, welcher noch lebt, der leuchtet dann plötzlich rot, wird aggro und erhält zusätzlichen Schaden und eine erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, was man, ja, ein kleines bisschen merkt. Den Buff kennt man schon von dem Wehrwolfs-Boss zum Beispiel. Oder den haben einige Bosse. Sobald dieser Sargon aber tot ist, gibt es wieder die normalen Gegner ohne diesen Buff. Ja. Genau, und beim Sterben explodiert die Leiche auch noch dazu. Ich bin noch nie im Radius gestanden, wo eben diese Explosion stattfindet. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man da auch mit einem Schlag sofort stirbt, wenn man sich eben darin befindet. Das heißt, wenn einer stirbt, dann würde ich das Weite aufsuchen. Ja, die Schattenbringer heilen ihn immer wieder auf. Die habe ich am Anfang gar nicht so bedacht. Deshalb hat es ein bisschen länger gedauert, weil der Glut-Dämon immer wieder aufgeheilt wurde. Aber gut, so, der Loot, den habe ich jetzt verpasst. Habe das aber kurz auch so ein bisschen... Ja, ich probiere viel herum. Jetzt in Slow-Motion dann beim Loot. Bisschen größer gemacht. Kann man vielleicht Pause drücken und sich das genauer ansehen und muss nicht nochmal zurückspulen. Genauso wie Verlangsamungen, wenn irgendein heftiger Schlag kommt oder so und dann eben die langweiligen Stellen, wo es echt nur Hit-and-Run ist, ein bisschen rausschneiden. Denn ansonsten, wenn ich beide Runs zeige, wären das dann 40 Minuten Gameplay und... Ja, ich kann auch nicht 40 Minuten... Ich könnte schon, aber das wäre nicht interessant, wenn ich 40 Minuten irgendeinen Schwachsinn über diesen Kampf labere. So, jetzt ist die zweite Form vom Sargon tot. Und der dritte kommt zugleich. Das ist dann der, der einfach nur herumsteht und mit seinen Feuerbällen wirft. Von den Bällen kann man ruhig getroffen werden. Die richten kaum Schaden an. Doch der Meteor kann durchaus tödlich sein. Und ab jetzt ist es eigentlich schon, naja, abgemachte Sache. Der Kampf ist eingelocht. Der Sieg ist sicher. So, der Loot vom Glutdemon. Vier Grüne, zwei Pinke, 100 Kristalle der Wahrheit. Ein gesplitterter Diamant und zwei Draken. Sehr mager, sehr, sehr, sehr mager. Diese zwei Gegner können jeweils Emotes dabei haben von vergangenen Events. Die können Begleiter dabei haben. Den Kürbis habe ich schon erhalten. Die können Reiztiere dabei haben. Alles Mögliche. Und ich bekomme 100 Kristalle, zwei Draken und einen Stein. Jau! Jo, und jetzt, der zweite ist down. Wieder ganz viel, doch im Endeffekt doch nicht so viel. Drei blaue, zwei pinke. Ein legendäres, eine Sprengkugel. Oh mein Gott, eine Sprengkugel. Eine Reiseration nach Kingshill. Bitte, weg mit sowas. Ein Emote zum Angriff. Das besitze ich bereits. Zwei Steinchen und fünf Draken. Jo, ganz nett. Ich hatte ein bisschen Pech. Da kann aber ganz schön nettes Zeugs dabei sein. Vor allem, wenn man vielleicht vergangene Events verpasst hat. Ja, soweit, so gut. Einmal leider gestorben. Ich dachte wirklich, komm schon, das muss jetzt gehen. Ich habe die Heiltränke vom Farmen, die ziehe ich mir raus, dass ich nicht sterbe. Ich habe Zenithschild. Doch gegen einen 12.000er geblockten Schlag kann man nichts machen. Wirklich schade. Da müsste man vielleicht wirklich mit einem Drachenkrieger gemeinsam spielen. Denn der überlebt das ganz bestimmt. Dann schnappt der sich eine Heilsphäre. Dann klappt das auch. Müsste man schauen. Aber, naja. Das ist nicht so einfach. Bei so einer Zone, wo man nur einen Versuch hat. Da braucht man schon wirklich ein eingespieltes Team. Und jetzt noch kurz zu meinen neuen Items. Das war es erstmal von dieser Zone. Schilling over and out. Mein Korrespondent in Kingshill wird sich nun gleich mit ein paar neuen Entdeckungen auf legendärer Ebene melden. Ja, dankeschön für diese Überleitung. Ich stehe nun hier in Kingshill und werde die drei legendären Ausrüstungen öffnen, die es beim Event zur Belohnung gab. Leider sind die noch nicht identifiziert. Aber 3.504 Kristalle der Wahrheit habe ich insgesamt angesammelt nach den Eventbelohnungen und dem ganzen Farmen. Und mit diesen werde ich nun auch etwas öffnen. Da meine Kugel noch lila ist und eine legendäre auch ohne Aufwerten besser sein könnte, dachte ich mir, ich starte einfach mal mit dem Mystikerschädel. Und siehe da, ich war fasziniert. So, das Event geht jetzt noch 2 Stunden und 9 Minuten. Das sind hier die drei legendären Ausrüstungen, die es zur Belohnung gab. Insgesamt noch zusätzlich 250 Dietriche, sowie ganz viele Draken am Ende. 140 an der Zahl. So, und das ist jetzt mein Mystikerschädel. Leider viermal Blockwertung, aber die Prozente sind ganz in Ordnung. Und meine alte Kugel war auf Level 48 aufgewertet. Das heißt, ich konnte diese einschmelzen und mit den Glyphen dann andere Dinge anstellen. Ich habe nun also praktisch von meiner alten Kugel 50% Blockchance, beziehungsweise eigentlich 49% Blockchance und 60% Blockmenge eingetauscht. Gegen eben dieses Teil hier 61% Chance. Auf eine Blockmenge von 53%. Wer jetzt ein bisschen rechnet, der wird bemerken, aha, das ist eigentlich schon besser. Natürlich, noch besser wäre es, wenn statt einer Blockwertung nochmal so 50% Blockmenge dabei wäre. Aber naja, das ist auf jeden Fall, ich kann mich hier gar nicht beklagen. So, wie gesagt, Glyphen kamen etwa 700.000 dabei rum. Die habe ich dann verwendet, um hier einmal den neuen Schädel aufzuwerten. Legendär ist viel teurer als Pink. Und zugleich konnte ich dann auch noch einmal die Waffe steigern. Auf Level 46 hat das ordentlich was gebracht, aber jetzt auf 47 dann nicht mehr so viel. Also von 45 auf 46 waren das 20 Punkte hier in etwa, 3,7 hier. Der Schaden blieb gleich, aber jetzt nur noch die Hälfte bei diesen Verzauberungen. Dann noch hier das Emote zum Angriff. Das war der Loot von diesem Run und eine King's Hill Reiseration. Vielen Dank für die Blumen. Die 250 Dietriche, einen habe ich noch vom Sammeln. Die anderen öffne ich immer direkt. Genau, und schlussendlich noch mit den verbliebenen Glyphen, die ich dann auch noch zur Verfügung hatte, habe ich mein Finsterherz um zwei Stufen auf 42 aufgewertet. Und meine Finsterschwingen bekamen ein einziges Level-Up. Also von der Rüstung her lohnen sich die Items am meisten, wo keine prozentuellen Verzauberungen drauf sind. Hier zum Beispiel 10% Attack Speed. Dieser wird nicht aufgewertet. Folglich steigert sich hier immer nur der Rüstungswert ganz bedingt. Anders als beispielsweise bei dem Finsterherz, wo schon mal ein hoher Basisrüstwert da ist. Und ja, da tut sich beim Aufwerten dann natürlich schon ein bisschen mehr. Okay, soviel noch zum Hintergrund, zum Charakter, zum Equipment, wie ich diesen Kampf gemeistert habe. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter aus der Welt von Drakensang Online. Vielen Dank. Vielen Dank.